Was ist unser Anspruch, das beste Elektroauto der Welt zu machen, die elektrische S-Klasse zu machen? Die Futuristische Produkte der Mercedes-Benz creieren, die für solche Projekte, die nicht nur in der Vergangenheit sind, sondern auch in der Vergangenheit. So EQS kommt, das ist auch in da. Es gab alles. Es gab elektrische Fahrzeuge schon weit, weit, weit zurück. Wir waren Pioniere bei Brennstoffzellen. Wir sind für Innovationen da und die Messlatte immer höher zu setzen, was ein Elektrofahrzeug ausmacht. Wir sind für Innovationen da und die Messlatte immer höher zu setzen.